Ich hatte ganz viel Geld, wie ich die erste Miegel-Neue-Korzellan-Ball-Ramme leiten konnte. Dann drehte ich das Wasser weiter aus, lässt du dich hinein, zog den Stöpsel raus, dann steckst du wieder drin Sex. Und mit der Füße hörte niemand, so irgendwann kamen Männer aus dem Restaurant hier und lachten erstmal, dann so und so und so und so und so. Dann mussten sie ganz nahe neue Korzellan-Ball-Ramme zerschlagen. Das hat uns toll gemacht, mein Kamil. Ja, wie gesagt.